Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit 60 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus, ohne Wenn und Aber. Gerne auch mit AZWV Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer. Bei uns sind sie richtig. Profitieren auch sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf ihren Besuch und informieren sie gern unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. Im Juli hatten Schulklassen einen ganzen Vormittag Zeit auf geführten Naturerlebnistouren, die von einem Förster geleitet wurden, den Trostorfer Stadtwald, rund um die Burg Wissen und die Warner Heide zu erkunden. An verschiedenen Stationen konnten die Schülerinnen und Schüler den Wald näher kennenlernen und auch selbst ausprobieren. Dazu war an jeder Station ein Experte positioniert, der den Schülerinnen und Schülern den Wald etwas näher brachte. Jörg Pape, Vorsitzender des Naturschutzbund Köln, erzählt über den Waldtag. Also hier im Zuge der Portale ist es das erste Mal. Wir haben das früher schon mal häufiger gemacht. Ich war jahrelang Leiter des Bundesforstamtes und da haben wir gemeinsam mit Schulen und Kommunen ähnliche Waldtage gemacht, auch mit verschiedenen Mitveranstaltern, um einfach eben die Vielfalt der Warner Heide nicht nur bei einer Führung, die ist für die Klasse nachher dann irgendwo langweilig, sondern sie kriegen hier immer neue Menschen und vor allem sie haben Aufgaben. Wir haben diese Rallye, das Quiz, sie müssen so ein bisschen den Spannungsbogen aufrecht erhalten und dadurch macht es den Kindern glaube ich auch spannend. Alle hatten bei gutem Wetter sehr viel Spaß bei den geführten Touren durch den Wald und kamen mit neuen gelernten Wissen wieder zurück.